Und jetzt sind wir beim Blumenkorso in Kirchberg. Über 800.000 Blumen wurden versteckt auf 40 Festwegen. Wir haben die Ehre mit sechs Alphörnern auf den Hauptfestwagen zu sein. Und da spielen wir jetzt einen wunderbaren Clip mit unseren Alphörnern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.